Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Am Start haben wir den Fire of Hell, den Wallot und den Tuffi oben an der Oberfläche. Wir sind immer noch hier dabei die Riesenhalle hier auszubauen. In der Hoffnung, dass da mal ein paar Slimes kommen. Ja, irgendwo müssen sie ja sein. Ja, einmal hatten wir ja hier einen Slime. Oder zweimal? Zweimal. Also rein theoretisch müsste die Halle ausreichend sein. Ja, aber irgendwie... Also nur von der Theorie her. Ja, von der Theorie. Die Praxis sieht aber anders aus, als wir vorhin hier reingekommen sind. Leider Gottes. Mal kommen was da. Ein Monster hat wirklich viel da. Weil wir uns alle gekillt hatten letzt mal. Oh, Redstone. Das sieht man so schön. Und Eisen. Ich will jetzt erst einmal den Weg ein bisschen ausbauen, damit wir dann hier Schienen nach unten führen können. Kann ich jetzt mal auch da nehmen. Ich spudel hier weiter. Wallot hatte ja auch noch mal was geiles vorgehabt. Äh, was denn? Na, was du vorhin gesagt hattest. Dach bauen. Und klein. Ja, stimmt. Dach bauen wollte er ja auch noch. Nein, ich wollte jetzt... Nein, das wollte ich nicht. Kann das nicht. Ich war immer runter. Geht nicht. Also mal, das geht nicht. Leute, was ist denn das für ein Baum hier, ey? 26 Diamanten haben wir schon zusammen. Nice. Da ist ja noch Platz. Hier ist noch bisschen... Aber Gold haben ja nicht viel... Oder? 10 mal Gold erst hier. Hier ist hier dreimal drin. Das müssen wir noch. Das wären dann 13 mal Gold. Das liegt heute Welt. Wo hast du denn Gold reingetan? Oder hast du es bei dir jetzt? Ne, ne, hier. In der Truhe hier. Ist noch mal 10. Irgendwo waren jetzt noch mal ein Dreier-Stack mit, äh, äh, Erz hier. Was noch geschmolzen werden muss. Oh. Ich such das ja auch gerade. Da hast du doch gesagt, du hast... Ja, das wären ja dann insgesamt 13 Gold. Ja, aber ich hab nur 3. Wo ist denn dein Gold? Hast du in der Hand oder was? Nein. Hier in der Truhe. Ich hab da hingeguckt. Ach, da. Äh, ja gut. Ich hab hier noch dreimal Gold, das geschmolzen werden muss. Äh, da. Da hab ich da mal das Eisen rein. 36. Aber dann noch irgendwo reisen. Da irgendwo. Da irgendwo. Hier brauchen wir. Da vorne. Abzulies. Komm da vorne. Und. Uh, da. Da kommt mal einiges drauf zu hier. Das auszubauen, das Stück. Mhm. Dann fragen wir ja viel Eisen, ne? Äh, ja auch. Und Holz. So. So. Dann hauen wir erstmal hier das Stück Berg weg. Dann find ich vielleicht auch den Weg besser nach unten. Äh, dürftest du dann auf jeden Fall. Ja. Aber nur entschieden voll. Mhm. Oh, Diamanten. Noch mehr? Ja. Cool. Wird auch mal besser. Also hat sich das ausgraben dort unten definitiv schon mal gelohnt, was Diamanten betrifft. Ja. Oh. 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 Unterlesen. Hier durchs Gestein. Und ich höre was an. Und ich höre was an. So. Hier machen wir noch mal ein bisschen was weg. Damit wir hier ordentlich lösen. Laufen kann. Man könnte ja mal dann hier diesen Bahnhof machen. Platz genug wäre hier dafür. Wäre auch schön. Wäre auch schön. Wäre schön, wenn man so ein, 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 wie heißt so ein alte Mino findet, ne? Oh ja, das wäre cool. Weil, äh, gerade jetzt wegen, wegen Schienen und so weiter, die findest du ja immer schön. Ja, nur keine Boosterschienen, die gibt es dort unten irgendwie nie. Leider. Nein. Aber da findest du ja in diesen Teilen findest du auch immer schön viel Gold und so. Das, das ist wahr. Also da findest du echt immer geile Ressourcen. Ja. So, war laut. Guckst du dir mal an und sag mal, ob das hier reicht. Ja, ich weiß nicht, wo du jetzt bist. Oben? Ja. Guckst du jetzt mal nach oben kommen, ne? Hüp, 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 hüp. Hüp, hüp, hüp. Nein, wo? Nicht. Bunt. Oh. Oh, Winnie. Von der Höhe her könne man die hier noch ein bisschen wegmachen. Und hier willst du einen Baden-Finger? Hätte ich gedacht, dass wir hier an dem Stück. Hier ist ja das Ende. Ja, stimmt. Ja, ja. Weil man kann das ja dann später hier noch weiter führen. Bis ganz nach oben. Aber hier hättest du ja erstmal den Platz, oder? Das wird aber nicht so ein doller Bahnhof. Ja, ich habe ja keine Ahnung, wie du dir das vorgestellt hast, oder wie du das überhaupt vorst zu bauen. Deswegen. Also ich bräuchte eigentlich nur was, wo ich diese ganzen Redstone-Sachen und so weiter... Ach toll. Ich habe keine Spitzsäcke mehr. Ja. Schauen wir mal schnell die Spitzsäcke. Ja. Oh. Oh. Oh, Laura fahren fetzt. Ja. Ui, hier draußen ist eine Kuh. Ich rede jetzt nur mit Tuffy. Was? 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 Ui, schuldige Kuh. Was? Ich rede jetzt nur mit Tuffy. Freilandzuchtkühnen geht's auch gut? Freilandzuchtkühne gehts auch gut? Freilandzuchtkühne gehts auch gut. Das ist gut. Rarlot Stenkert heute? Ja, Stenkert auch. Ich kann den ganzen Tag nicht online sein. Ja. Du musst halt alles aufholen. Alles am Meerabhängen. Ja. Ich bin ja er sch ... Oh, ich habe keine Axt mehr, kacke. Brauchst du eine? Äh, ja. Ich kann dir meine geben, die brauch ich eh gerade nicht. Ja. Bist du bestimmt hinten beim Turm, oder? Bin oben auf dem Turm. Also, hier oben da war mal bei dem Wasserfall, in dem er gebastelt ist. Oh, ist da ne Geldklarung und wir müssen gleich pennen gehen. Ach, ich habe mein Bett unten. Oh, ich bin ja fest oben, ne? Hey, Tufi. Oh, oh. Boah, da kommt ja die... Die Rettung naht. Wo soll er denn noch? So. Danke. Bitte. Alla, ui. Lass uns schnell ins Bett gehen. Ja, und so eine Geldklarung. Oh, runtergefallen, ne? So ist es nicht. Naja, ich bin ja in einem Baum gefallen. Dieser doohe Wasserfall, der hält mich nicht. Wie, der hält dich nicht? Äh. Bist du zu schwer? Oder wie? Private Walla. Ich mach mal gleich den Winter drehen. Hahaha. Zack, zack, zack. Wo ist im Bett frei, hier, meins? Äh. Ich liege im Bett. Ja, ich liege auch. Warum? Ich lag eben. Schon wieder frei? Das ging aber schnell. Hehehe. Kommt. Ich habe ja unten im Bett stehen. Hahaha. Dann lagst du schon im Bett. Ja, klaro. Wo geht's eigentlich runter? Wo musst du denn da hin? Ja, dann folg uns. Hier lang. Hier lang. Komm mal her, hier. Nee, nee, nee. Mit einer. Autsch. Achso, muss ich hier mit der Lohre fahren oder was? Nee, nee. Der ist schon weg. Ich bin die schon weg. Hahaha. Ich kann sie dir hochschicken. Nein, das ist ein bisschen Wallanmittel abgehauen. Nein, ich. Nein, nein, nein. Das war, ja. Ja. Klar. Hahaha. Willst du ganz runter? Tufi? Ich will mal gucken. Was wir hier machen? Natürlich. Ich sehe ja da oben nichts. Außer, dass ich... Pass auf. Nicht, dass du hier reinfällst. Bauen wir das rote Zeug nicht mal? Äh, ja. Das bauen wir sowieso da noch ab. Wollen wir hier den Weg ordentlich machen. Damit wir hier mal der Lohre langfahren können. Ach, für die Dächer und so, ne? Ja. Oh, hier, da finde ich nie wieder raus, ey. Ach, klar. So geht's mir auch. Das schaffst du schon. Das ist wirklich ein schwarzes Zeug hier. Obse die an. Oh mein Gott. Äh, für, ähm, das Portal zur Hölle. Also, zum Neder. Oh, ist mir hinterher verbrannt. Hier ist ein Bett. Guck an. Hier ist die kleine Höhle. Die wir ausgegraben haben. Ja. Klein, aber fein. Geniedrig noch, ne? Keine Ahnung. Lass, geht's erstmal wieder hoch. Auch. Überhaupt hoch? Das ist hier eine Tür. Was ist doch da? Was ist denn nochmal denn hier? Dummdi-Dummdi-Dummdi-Dum. Also der Weg ist relativ einfach zu finden eigentlich. Ja. Vielleicht können wir hier mit den Lohnen ein bisschen abkürzen, Wallert. Schauen wir mal da unten. Da bin ich, wo wir jetzt abkürzen. Ja, allgemein ein bisschen abkürzen. Abkürzen können wir so, ja. Wir sind ja dann hier hinten, rechts rum, Donne. Wir kommen ja von hier. Genau. Könnten wir doch rein rechtlich hier... Ich sehe, dass ich hier richtig bin, oder? Ah ja, hier. Sehe ich zwei Platzen. Aber wirst du komplett zumachen? Äh, nicht ganz komplett. So, dass man da nicht runterfallen kann. Oh. Ohne mich losgefahren. Lauf hinterher, lauf, August. Oh, die kommt schon wieder zurück. Das ist doch schön. Die ist halt anhänglich. So. Dann machen wir hier glatt. Oh. Oh, Eisen. Ich habe hier irgendwie einen Gang gefunden. Irgendwie einen Gang, oder einen Gang, der schon beleuchtet war? Ja, wir können ihn nach oben führen. Beleuchtet. Okay. Langen Gang. Ich habe hier noch mal weg. Da weg. Oh. Hier runterfallen, jetzt. Und dann müsste man ja hier lang. Muss man hier noch was wegmachen. Das Stück hier müsste man vielleicht wegmachen. Oh, da ist es. Oh, Eisen. Ich weiß schon, wie wir das hinkriegen. Man kann doch hier irgendwie diese Adresse, wo man unten ist, ne? Äh. Die, 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 die Dingsadresse da unten, die Ballen da, XYZ. Oh Gott, äh, das siehst du mit F3. F3 war das? Hm. Ja. Ich jetzt mal nach unten, gucke mal, die, wo wir hinkommen. Schreibe ich mir das auf. Dann gehe ich da direkt runter. Dann gehe ich mir das auf. machen wir hier noch weg du wirst also direkt gleich schräg nach unten machen ja ich komme da gleich her ich denke mal dass wir hier einen raum errichten ja genau guck ich schon mal 11.3 hast du gesagt bin ich da bräuchten wir das ja gar nicht so groß ausbauen eigentlich nicht muss macht aber nix jetzt und dann haben wir ein bisschen über länge 18 minuten es passiert uns irgendwie ständig in letzter zeit das war's wieder mit dieser folge von minecraft wenn es euch gefallen hat hinterlasst doch kommentar daumen oder abo oder alles wir bedanken uns fürs zusehen bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss